Guten Nachmittag. So, auf vielfachen Wunsch, allerdings habe ich es immer wieder von mir her geschoben, aber jetzt gab es so ein Stein des Anstoßes, haben wir uns gesagt, so jetzt werden wir hier ein Forum extra deswegen veröffentlichen, damit wir ohne YouTube irgendwie irgendwelchen Ärger zu bereiten beziehungsweise von YouTube Ärger zu bekommen. Ich hoffe, jeder hat es verstanden, dass wir uns hier austauschen können. Ich stelle es gleich vor, es ist ein stinknormales Forum. Man muss Mitglied sein, um mitlesen zu können. Das heißt, wir werden hier nichts groß öffentlich machen. Ich zeige es mal ganz kurz. Also Activity Feed, wer wann was gestellt hat, erstellt hat und so weiter und so fort. Dann der typische öffentliche Bereich nochmal hier ganz oben. Im Zweifelsfall, wenn man mal nicht weiterkommt, hier oben auf Symbol klicken, dann kommt man wieder auf die Eingangsseite und hier zu den einzelnen Unterthemen, Unterforen. Ich habe es natürlich wegen des Wiedererkennungswertes Lehrer Mafio genannt und jetzt kommt erst mal ganz Wichtiges. Also hier sollten die Wichtigen, in Anführungsstrichen, hineinschreiben, was sie für acht so wichtig halten und sofort an Teilen, Teilen, Teilen denken. Also das kann dann hier rein. Mitglieder stellen sich vor, ist keine Pflicht, macht man aber so Anmerkungen zu den einzelnen Videos. Das dürfte das eigentlich sein, dass der typische Zweck des Forums eigentlich auch sein, dass man sich hier mal auslassen kann. Allerdings trotz alledem höflich bleiben und so weiter und so fort. Also hier lesen zwar nicht die öffentlichen Leute mit, aber trotzdem sollten wir immer zu uns höflich bleiben und auch keine Beschimpfungen und so weiter. Ich habe schon den ersten und zwar ist das Ronny W., den ersten Moderator fürs Forum, der eigentlich jetzt auch den Stein des Anstoßes gab und der wird mit drauf aufpassen, so wie ich auch, dass es hier höflich zugeht. Technische Fragen, also typische Fragen, so Mensch, ich finde hier den Button nicht, wo muss ich ihn raufklicken, damit dies oder das oder wie füge ich Bilder hin und so weiter. Am besten immer schön an die Themen halten, dann klappt es auch, sieht man es auch am besten. Dann eine typische Seite, denke ich mal, die wird helfen, Jobs für Anständige von Anständigen. Das wird immer wieder versucht im Netz. Das soll jetzt hier keine Jobbörse sein, aber warum nicht? Vielleicht können wir noch eine andere Kategorie, bin hier im Raum München und suche Anständige oder was auch immer mit einfügen, Vorschläge dann gerne hier ins Forum reinschreiben und dann werden wir sehen. Auch, ich habe es mit aufgenommen, Krebstherapie mit Methadonen, weil es da auch immer wieder Fragen gab und ja, die Menschen sind eben so, dann wird nicht richtig gelesen und naja, wie immer. So und dann haben wir noch ein Probeforum, das wird aber gelöscht. Und da haben wir jetzt zu Anfang mit Ronny W. erstmal probiert, was man machen kann und das, das sehen dann die normalen Mitglieder nicht. Bereich für Administratoren und Moderatoren. Ansonsten sieht man dann hier, wer ist gerade online oder wer nicht und alles solche Dinge. Im Moment, da das Ding gerade gegründet worden ist, ist natürlich noch nicht viel los. Zwei Leute sind hier drin. Wir haben auch noch keine weiteren Themen hier reingeschrieben. Logisch, ist ja auch erst ganz frisch seit 25. Abends. So, na denn, vielleicht können wir es gebrauchen. Vielleicht wird es sich auch totlaufen oder wird gar nicht erst losgehen. Den Link zum Forum, den werde ich auf jeden Fall jetzt unter die Videobeschreibung setzen und dann werden wir mal schauen. Wie gesagt, also gerne noch, von mir aus gerne, stellen Sie Fragen oder stellen Sie noch weitere Anregungen mit rein. Am besten dann, ja, vielleicht unter gar nichts Wichtiges oder was weiß ich. Wir werden es schon sehen. Ansonsten wird man benachrichtigt. Also es ist kein Hexenwerk, das ist ein ganz normales Forum. Gut, ich glaube, jetzt ist erstmal alles gesagt. Ich bin gespannt, was passiert. Und ja, wenn nichts passiert, dann passiert demnächst. Dann haben wir es wenigstens versucht. Gut, also auf, dann fangen wir an und wir sagen, auch auf diese Art werden wir uns gegenseitig Wissen zuschieben können. Das ist meine ganz große Hoffnung dabei. Denn Wissen ist die Basis für das Denken. Wissen kombinieren ist nun mal das Denken. Und wer kann gut denken, der der Wissen hat. Kein anderer. Die anderen spinnen und müssen nur alles glauben. Na denn, helfen wir uns gegenseitig. Treten wir an. Ich wünsche was Schönes. Ich habe das natürlich wieder hinter der üblichen Werbung versteckt. Und mir soll das egal sein. Vielleicht klappt es ja. Also, alle guten Wünsche. Bis zum nächsten Video. Und ich freue mich, wenn es losgeht. Und ich bin auch nicht böse, wenn es nicht losgeht. Also, bis dann. Tschüss, tschüss. Und ich bin auch nicht böse, wenn es nicht losgeht. Vielen Dank.